Der Herr sagt, was für ein Wahnsinn ist das denn? Antwortet, wenn ihr es wisst. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God 25. März 2012 Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy Für all jene, welche Ohren haben und hören Das sagt der Herr Seht, meine Leute glauben, dass ich verstummt bin Dass ich meinen Mund komplett verschlossen habe Und nicht mehr durch meine Propheten spreche Denn die Lügen der Menschen eskalieren ins Uferlose Und die falschen Propheten und Lehrer werden immer zahlreicher Doch ich bleibe ungerührt Und seht, meine Propheten bleiben ruhig und sind im Frieden Und sie warten auf meine Anordnungen Schaut, wie all diese Führer in den Kirchen der Menschen Die noch ohne den Geist sind Ihre falsche Autorität beteuern Schaut, wie sie meinen Namen verkünden Mich jedoch nicht erkennen Und schaut, wie all diese ungläubigen Juden Und all diese orthodoxen Rabbiner das Gleiche tun Schaut, wie meine Worte vor den Augen Der ignoranten, unwissenden Christen vorbeiziehen Und in die Ohren der arroganten, selbsternannten Gläubigen gelangen Die sich dann umdrehen und gegen mich kämpfen Schaut, wie sie jene verfolgen, die ich zu ihnen gesandt habe Und sie tun dies alles, um Gott einen Dienst zu erweisen Und seht, wie sie in einem Atemzug und in einem Augenblick Den Autor dieser Briefe erkennen Und sich dann umdrehen und mir auf den Mund schlagen Indem sie meine Worte lästern und meine Gaben entweihen Was für ein Wahnsinn ist das denn? Was ist das, womit meine Leute angefühlt sind? Antwortet, wenn ihr es wisst Was ist das, womit meine Leute gefahren going市場 Wo war es leider, wie einwand Und finde ich das, womit eine Lanlen